Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 18. Oktober 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1260 und das war es auch schon fast. Ich wollte nur ganz kurz eine Wasserstandsmeldung, gut wie man das so schön nennt, durchgeben. Ja, die Daily-Episoden kommen wieder, auch der Geek Talk News, das Format, das wöchentliche. Meine Stimme kommt langsam wieder zurück, die Bronchien entfernen sich, genau, bessern sich, die Gesundheitswerte gehen nach oben und der Entzündungswert ist auch auf einem aufsteigend Nast oder besser gesagt absteigend Nast ist es, glaube ich, bei Entzündungen. Auf jeden Fall, es geht langsam vorwärts und irgendwann habe ich die Stimme wieder zusammen und dann liefere ich euch hier auch wieder Neuigkeiten. Ganz kurz zum Reinlesen für euch ein paar Links. Zum Beispiel war vor kurzem in Berlin Nio, der chinesische Autobauer, der seine Autos vorgestellt hat. Wir werden sicherlich bald schon in den nächsten paar Tagen und oder ein, zwei Wochen neue iPads oder sonst irgendetwas von Apple zu Gesicht bekommen und auch bestellen können. Wir haben Neuigkeiten, was könnte ich euch noch verlinken, es waren so viele Themen. Genau, mein iPhone 14 Pro Testbericht ist online und es gibt Neuigkeiten aus dem Fintech-Bereich auch dazu. Genau, Neon, das war's. Neon kann jetzt Watchpay für all diejenigen, die es interessiert. Links dazu findet ihr in den Shownotes auf eurem Podcatcher der Wahl und oder daily.geektalk.ch. Und jetzt muss ich wirklich aufhören, weil meine Stimme... Ja, besten Dank für eure Treue. Die Daily Episoden kommen wieder. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.